ein keller ein so war ich noch mal kurz 1 2 3 speichern du in gramps ist auch schon wieder gut dann mal hier mit dem brett das mal gucken ob wir weiter kommen ich glaube ich habe gerade nicht gespeichert jetzt habe ich gespeichert aber wir fahren wieder hoch ist natürlich die beste idee mit dem helikopter der oben noch schwebt ist das natürlich die beste idee jetzt hier wieder hochzufahren vor allem warum kann der helikopter da durchschließen und ich nicht ok jetzt erstmal niemand ich speichere mal eben wir können leider auch gerade nichts benutzen ja 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 ich habe aber leider überhaupt nichts was ich dem entgegensetzen kann also nicht mal die diegel bringt was ja wenn ich hier natürlich die ganze zeit dagegen schieße gegen die dinger die bretta die ist ziemlich für den arsch wir sind immer ganz schöne viele vier unterwegs bei mir in der wohnung ah ja so habe ich noch irgendwas was aus der cold kommando irgendwie effekt hat bei denen jackhammer die ist total sowas von unnötig ne ich hab nix in cram naja gut eigentlich damit dauern und das war's die jackhammer ich habe überhaupt keine ahnung okay die ist nicht vollautomatisch was habe ich was labere ich denn tja die ganze zeit ist potenzial der waffe total unterschätzt joh joh Hä? Stierp? Juuuuuuhh Jajajajajaja Jetzt steht er plötzlich vor mir. Der bringt mich um. Jetzt steht er plötzlich vor mir. Auch komisch. Wie krass die mich immer treffen, hey. Einfach schon wieder komplettes Leben weg. Einfach schon wieder komplettes Leben weg. Was? Manchmal gibt es Abschnitte. Da ist echt Schlaraffenland. Da gibt es solche Abschnitte. Da ist nix. So, jetzt nochmal speichern. Weil es hätte bestimmt irgendwie auch besser gegangen. Aber... Jupp. Äh... Äh... Holy... Ist das jetzt euer Ernst? Egal was ich mache, die geben mir ein Ding und dann ist es das gewesen. So, jetzt ist mal die Schnauze, Kollege. Oh, ich kann niemanden halten, mal die Schnauze zu sagen. Tja. Also manchmal treffen, treffen die auch so glücklich, dass es einfach direkt, dass es das gewesen ist. Kann ich die irgendwie löcken? Ne, ne? Also nicht löcken, sondern pullen. Auf, komm runter. Oh, nein. Ach, da ist einer mit einer Sniper unterwegs. Ja, klar, aber der schießt mit der wie als wäre es eine Pistole. Hm, wahrscheinlich. So, Kollege. Was ist jetzt? Hm? Habe ich mir mal einen anderen Plan überlegt. Tja. Hatten selbst keine Antwort mehr drauf. Jetzt ist es ruhig hier. Schade. Hätte gerne nochmal mit euch drüber geschwätzt. Aber. Nichts. Nichts ist jetzt. Nachdem ich fünfmal gestorben bin. Jetzt sei doch ruhig. Jetzt ist es still. Ah, gucken wir mal, was da so zu sehen ist. Nachdem der Printer war ein neates Stück von kostenlosen Papier. Hacking durch Horn's Computer würde aufhörten Files von Kriminellen. Strategien für die Welt domination. Spy Helikopter Reports. Illegal Wiretap Recordings. Internet Porno. All of the above. Take your pick. Ich habe wirklich nicht mehr gebraucht. Ich habe schon zu viel davon gesehen. So ist das, Max. Sollst du vielleicht mal nicht in unser Jahrzehnt kommen. Da nimmt das alles keine gute Wendung. Bip, 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 bip. Schon wieder bip, 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 bip. Bip, 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 bip. All of this, because your wife stuck her nose into things that were none of her business. The cops were coming to take me away. The sirens were like a bad conscience I couldn't shake. It's ridiculous you've made it this far. You won't be alive when they get here. Stop him! Mal schauen. Also ich denke, sie könnte gar nicht so Unrecht haben. Aber ich gebe mich nicht einfach so geschlagen, meine Freunde. Oder vielleicht auch doch. Hm? 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 Ich muss einfach ein bisschen... ...so nämlich... Ähm... Ja... Ich hätte speichern sollen... Ach, die Granate, die trifft mich direkt. Ja, das macht natürlich überhaupt keinen Unterschied, ob die Granate mich trifft oder ob die beiden mich treffen. So, besser. Besser, besser, besser. Nee, das war gar nix. Vor allem, weil ich überhaupt keine Pinkler mehr habe. Die anderen Dödel da vorhin, die haben mich ganz schön herangenommen, hier. So. Ooooooh. Ich muss da echt lernen, zu speichern. Vor allem bei so blöden Situationen da. So, jetzt speichern. Max Payne. Das ist futile. Eine Waste von Zeit. Die Todes der Frau und Frau waren notwendig. In Heaven. Es ist fertig. Du kannst ihn zurück. Nichts du nicht mehr machen. Du kannst ihn zurück. Okay, also ich glaube, ich kann jetzt nicht wirklich was tun. Oder kann ich was tun? Der steht jetzt die ganze Zeit da, aber kann ich jetzt irgendwas tun? Jetzt irgendeine Aktion, die ich machen kann? Nee, okay. Ich muss einfach nur warten. Okay.